Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um den Flächeninhalt im Dreieck. Und tatsächlich kennt ihr da ja eigentlich schon eine Formel. 1 halb mal g mal h, 1 halb oder 0,5 mal Grundseite mal Höhe. Nun könnt ihr aber anhand der Skizze schon erkennen, das Ganze geht auch mit einem Winkel. Und das können wir aber ganz schnell herleiten. Und wie das geht und wie die Formel für diesen Flächeninhalt des Dreiecks noch lauten kann, das werden wir uns jetzt anschauen. Zunächst einmal zeichne ich die passende Höhe ein. Ich habe mich jetzt auf die Seite C als Grundseite verständigt und dementsprechend brauche ich die Höhe h, c dazu. Ist ja ganz klar, Grundseite und passende Höhe, es könnte auch b und h, b sein, aber ich nehme jetzt hier mal standardmäßig die Grundseite C und die Höhe h, c. Damit lautet der Flächeninhalt nach unserer alten Formel 0,5 mal c mal h, c. Das bisher noch ganz normal. So, jetzt versuchen wir das Ganze aber mit einem Alpha, mit einem Winkel zu kombinieren. Und dementsprechend, das kann man natürlich nicht wissen, dementsprechend setzen wir hier den Sinus ein. Man hätte ja auch den Kosinus nehmen können, aber wenn man da genau hinschaut, dann merkt man schon, dass eigentlich nur der Sinus Sinn macht. Denn diese Seite hier unten, diese Ankathete, die ist ein bisschen schwierig zu beziffern, weil die ja quasi die ganze Seite C minus diesen Teil hier hat. Also da kann man die nicht genau beziffern. Das, was ich in diesem Dreieck genau beziffern kann, ist die Höhe h, c und die Seite b. Und das ist die Gegenkathete und die Hypotenuse. Also stelle ich das auf. h, c durch b, Gegenkathete durch Hypotenuse. Ihr seht schon, die Höhe h, c kommt hier vor und sie kommt hier vor. So, das heißt, ich löse diese Formel jetzt mal nach h, c auf. Also ich bringe die Seite b mit mal nach drüben, Äquivalenzumformung auf beiden Seiten, mal b. Dann steht h, c hier alleine und auf der anderen Seite Sinus Alpha mal b. So, dieses h, c ist jetzt das gleiche h, c wie hier. Das heißt, ich kann das hier einsetzen, Einsetzungsverfahren für diejenigen, die aus der 9. Klasse das noch wissen. Das heißt, der Flächeninhalt lautet 0,5 mal c mal, und jetzt setzen wir nicht h, c ein, sondern Sinus Alpha mal b. Und schon haben wir eine neue Formel. Denn das ist eigentlich ganz cool. Jetzt haben wir einen Winkel und zwei Seiten, mit denen wir den Flächeninhalt bestimmen können. Nur ist das tatsächlich noch etwas schwer sich zu merken, in der Reihenfolge zumindest. Denn woher soll ich denn wissen, welche Seite ich brauche? Ich habe mir das hier mal farbig markiert. Ich brauche den Winkel und ich brauche die Seite b und ich brauche die Seite c. Und wenn wir uns das so anschauen, dann kann man sich das eigentlich ziemlich gut und schnell merken. Dieser Winkel, den brauche ich für die Flächenberechnung. Dann brauche ich auch die dazu passende Seite und die andere dazu passende Seite. Also nicht die Seite, die gegenüber liegt. Und so habe ich das farbig markiert und dann können wir das uns auch ganz gut aufschreiben. Der Flächeninhalt lautet also 0,5 mal b mal c mal Sinus Alpha. Das setze ich einfach immer hinten hin. Ich habe hier einfach nur b und c kommutativ nach vorne vertauscht und das Sinus Alpha nach hinten. Und so kann man es sich leichter merken. Das werdet ihr jetzt sehen, wenn wir uns den zweiten Fall anschauen. Nämlich, wir schauen uns diesen Flächeninhalt beim Winkel Beta an. Ihr könnt euch schon denken, da wird hinten dran stehen Sinus Beta. Nur welche Seiten brauche ich dazu? Das ist eigentlich auch ziemlich klar. Ich brauche die Seiten, die an dem Winkel Beta anliegen. Das ist ja genauso das gleiche wie hier. Hier haben wir b und c verwendet. Hier brauchen wir a und c. Die Seite b habe ich jetzt der Vollständigkeit halber noch hingeschrieben. Der Flächeninhalt mit dem Winkel Beta lautet also, a ist gleich 0,5 mal die eine Seite mal die andere Seite mal Sinus Beta. Man könnte natürlich auch c mal a schreiben. Man macht es normalerweise aber immer so, dass es alphabetisch richtig ist. Und die dritte Variante wäre das vom Winkel Gamma aus zu betrachten. Auch hier könnt ihr euch bereits denken, wir brauchen die Seiten b und a. Die Seite c markiere ich hier, ist aber hier nicht notwendig. Und der Flächeninhalt lautet dann 0,5 mal a mal b mal Sinus Gamma. Wir haben also heute gelernt, dass es eine weitere Formel gibt, beziehungsweise genau genommen ja drei weitere Formeln, weil wir sie auf dreifältige Weise anwenden können. Wir können mit einem Winkel und zwei Seiten, das sind jeweils die passenden Seiten, nämlich die, wo der Schenkel des Winkels liegt, diese beiden Seiten und den Winkel, damit können wir jetzt den Flächeninhalt berechnen. Dementsprechend ist auch wieder wichtig, Skizzen zu haben, genau zu wissen, welcher Winkel gegeben ist und welche Seiten ich brauche und dann können wir loslegen. Erschlossen haben wir es uns über die ganz normale Flächeninhaltsformel und dann den Sinussatz dazu kombiniert. Und jetzt können wir mit diesem Sinus Flächeninhalte berechnen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und viel Erfolg in der nächsten Mathestunde. Tschüss!